Neuer Part Super Mario Galaxy 2 Part Nr. 4 und wir sind tatsächlich schon beim Finale von Welt 1 angekommen Nachdem wir in der letzten Folge die letzten Galaxien in Welt 1 abgeschlossen haben Will jetzt Bowser Jr. Ärger haben in Bowser Jr. Flammenflotte Ich bin auf jeden Fall gespannt Ich bin sogar gar nicht mal sicher welcher Boss überhaupt kommt Äh, was ist denn der Flammenflotte? Cola Karambolus Bauchringkur Ohne Scherz, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher Nicht, dass ich jetzt aber auch von den Bossen her, also Mario Galaxy 1 und 2 durcheinander komme Ne, also gerade sagt es mir nix, sorry, wir werden uns überraschen lassen Vielleicht fällt es mir währenddessen ein Ich sehe auf jeden Fall da oben schon mal sehr präsent die Kometenmünze Also in den Cars 11 wird es auf jeden Fall eine Challenge geben, das kann ich euch versichern Wie sie aussehen wird, keine Ahnung Oh, aber ich kann mich erinnern Ich glaube bei den Bowser Jr. Battles gibt es glaube ich Challenges mit den Bossen, oder? Bowser bin ich mir nicht sicher Ich glaube da gibt es sogar Zeit-Challenges glaube ich Aber ich glaube bei den Bowser Jr. Battles gibt es glaube ich so Risiko-Challenges So Risiko-Kometen Wo man den Boss mit einem Leben besiegen muss Aber da ich gerade mir leider gerade nicht einfällt, wer der Boss ist Weiß ich nicht, ob das leicht oder schwer wird Oh nein, die kommen wir auch da hinten hin Wie ich das hin noch? Früher kam ich mal da hinten, aber ich weiß es nicht, ob ich jetzt immer noch den Skill dafür habe Und es ist nicht, wenn Mario die ganze Zeit Ja, aber nicht unbeschadet Und ich komme auch glaube ich nicht mehr zurück, kann es sein Kamera will auch nicht Ja Hat sich nicht gelohnt, würde ich sagen Rap Ah, ich habe sogar fast wieder zurückgeschafft Weil ich hier auf einer Erhöhung bin Da bin ich weiter gesprungen Aber leider hat es nicht ganz gereicht Ja gut, weiß ich schon mal Bescheid Müssen wir das immer hin Wir hätten auch wenigstens da was hinpacken können Irgendwie One-Up oder so Oder Münzen Damit noch wenigstens ihr Leben wieder zurückkommt Oh, das ist wirklich so Und man soll da gar nicht hin Das kann natürlich auch sein Hm Weiß ich nicht Bin ich da mal hingekommen Jetzt sind wir mal hingekommen hier Und haben festgestellt, dass es nichts bringt Cool, also sind wir wirklich nur diese Sternteile präsent, die man auch so einsammeln kann Ja, wir klauen trocken, nervlich Okay Okay man kann man nicht hier irgendwie dann geht es doch hier wahrscheinlich nicht irgendwas da hat es noch zukünftig noch was zu tun gibt es ja so ein olles tutorials ob ich das mache aber gut tutorial habe ich glaube ich schon in der ersten folge erwähnt ich weiß nicht ob ich da schon erwähnt habe es gab bei tutorial technisch gab es so eine cd zu supermarche galaxy 2 dazu so eine anfänger für anfänger cd so eine gelbe so dvd für anfänger damit er so für mit so ein paar tutorials beinhalten ich habe ich natürlich auch noch und ja war ganz lustig die zeit aber frau nett wenn wir nur wissen wie welche kämpfe war du bist also wirklich weit gekommen ich brauche papas hilfe nicht um mit dir fertig zu werden ja sagst du immer colla karambolus in abendessen ist fertig auch denkt daran auf deine bauchringe aufzupassen ich weiß dieser komische drache oder der lange drache wo man die ringe kaputt machen ja gut ich hätte es noch denken ja aber warte mal hat er nicht gebrannt warte mal der hat doch gebrannt es war doch der war doch mit feuer verweckt sich das jetzt mit irgendwas anderem oder eigentlich erinnerung dass er gebrannt keine ahnung also müssen halt seine roten dinger kaputt machen schon akku zu werden viel hat er denn überhaupt 7 8 warum wird er jetzt schon noch drei akkus kann man nicht sogar hier oben hier irgendwie ja aber aber natürlich sind wir nicht so viel riskieren weil das noch die normale ich bin mir sicher mit dem gibt es da ein leben challenge und risiko das wird schon ein bisschen ich glaube die kometen werden zwar so ich den dem ausweichen bitte 2 was zum teufel ah nein alter wie schlecht bin ich kling doch doch nur noch einer gerade echt schlecht meine verhältnisse weil ich doch doch wirklich dass er eigentlich brannte oder verweckt sich wahrscheinlich einfach irgendwas richtig kacke angestellt aber eigentlich mega einfach weil da nicht brennt ist so ein feuriger ja gut okay stimmt dann habe ich jetzt wahrscheinlich etwas gespoilert ich glaube das ist irgendwann eine challenge oder so ich glaube sogar erst in der spezialwelt oder irgend so was nächster spoiler geiler scheiß für die sich wussten gibt es eine spezialwelt jetzt müsst das eh kann ich so ruhig sagen und die wird richtig 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 leiden darauf freue ich mich überhaupt nicht lexialte hat er hat er nicht so viel gehabt nix mit bonuswelt oder hardcore shit da kommt man höchstens das spiel noch mal mit luigi durchspielen das war ein bisschen schwieriger als recht die schaden und ja hier gibt es eine übelst krasse special wird mit dem elitische krassen final level also erst recht die die letzte letzte challenge gilt eines der schwersten challenges in aller Zeiten im mario oder gibt es einige sagen das ist eines der schwierigsten die es überhaupt gab darauf können wir uns freuen aber das ist noch lange hin das ist noch lange hin wir sind wir gerade mal mit alt 1 fertig mit dem großen stern haben wir ein portal geöffnet mit dem wir die nächste welt reisen können du hast es geschafft du hast einen großen stern zurückgebracht großartig die kraft des großen sterns erlaubt es uns die nächste welt anzusteuern die nächste welt anzusteuern auf der suche nach der dekostbaren personen sind wir damit einen großen schritt vorangekommen weiter geht es auf durch raum und zeit in der noch unbekannte welt in dem du hast du das steuermann alle mann festhalten hier auf dem schiff sich befinden wie sie sind sie alle kurz verschwunden wahrscheinlich reingegangen besser so wird es nämlich ein bisschen ruckeln ruckel 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 aber komischerweise ruckelt meine wie verbedingung nicht aber rumble kann man doch gar nicht abschalten oder rumble abschalten und wenn dann habe ich es nicht abgeschaltet ich weiß auch nicht warum da jetzt keine ruckel ruckel von der wie verbedingung kam warum sie das mal eine komplett neue welt es gibt hier vermutlich eine menge weiterer powersterne voller kraft voraus du bestimmst ihn kurz so ist ein witz sein ich kann nur richtig ich kann nichts bestimmen es gibt nur eine galaxie die ich machen kann karten ist nichts mit bestimmen gut da vorne wieder aber hier ja ich würde sagen nach langer überlegung entscheiden müsste die pustelplankengalaxie oder nach langer und harte überlegung und nach harte überlegung würde ich sagen nehmen wir diesen stern weil ja zurück spricht mich irgendwie nicht so an keine ahnung der titel ist ein bisschen scheiße zurück keine ahnung bild ist das bild des bilder geheimnis bilderreden ist ja schon viel besser das ist mir so segen oder sowas kenne ich aus 3d land war an der letzten welt so ein level habe ich auch schon nicht mehr ewig gespielt 3d land kann ich auch nicht letztendlich sind drei der sie sich wussten aber cool ich habe sehr viel spaß kommt sie war das sogar ein game was ich muss gar nicht übelst entgegen geführt habe ich muss immer spielen habe er anfangs nicht in 3d es gab mit dem ich glaube dass ich einen hatte und als es gab es aber wollte es immer spielen immer wenn irgendein freund 3 das hatte habe ich immer nachgefragt wenn er 3d lernt hat ob ich das spielen darf immer übelst süchtig danach also ohne scheiß als recht erst recht den drei als recht beim bei 3d also ohne scheiß es war inzwischen bessere spiele damals war ich einfach mega hype auf das game genauso schlimm war es dann bei der video dann später aber wir sind ja wieder schnell jetzt die gestand der video sonst damals ich wollte das einfach unbedingt haben ist einfach so der hype war groß spätestens als pigment 3 angekündigt wurde musste ich die konsole haben bzw da habe ich dann auch glaube ich dann die video eigentlich bekommen weil ich habe sehr für die dies noch noch nicht wussten ich glaube ich habe schon ein paar mal erwähnt aber ich wusste ich habe eine video weihnachten 2013 bekommen nicht zum lesen oder so 2012 ich habe sie tatsächlich erst ein jahr später bekommen ich glaube ich glaube der noch richtigen dies war glaube ich irgendwann november 2003 2012 jetzt mal was du zum video hat sogar zum video gab sogar special edition mit dem pro controller und dem spiel zum video und zum video war ja damals ein exklusiv titel für die das hat sich ja jetzt inzwischen geändert aber der name war leben aber zum video hin ergeben aber für andere konsolen hieß einfach nur zombie wow best titel aller zeiten top titel des jahrtausends hätte man sich nichts besseres ausdenken können auf jeden fall aber ja was wissen muss man das hat man den kompletten titel komplett um ändern müssen und ja also nicht das auch nicht wie ich das gemacht hätte aber ja bis jetzt so oder können wir nichts gegen machen gespielt habe ist trotzdem habe ich ähnlich also mich hat sich das interessieren weder auf der view noch auf einer anderen konsole habe ich zum video gespielt habe ich irgendwie nie so wirklich interessiert weil sie will ja gerne da sind wir fünf münzen fehlen liebe spiele ja aber zu diesem zombie ohne die böse abmütig zugesagt einmal durch den jetzt noch münzen hier kriegen aber da oben da oben da oben da oben ist jetzt noch mal eines sind hier ok da sind münzen ja knapp aber wir haben es nur kann ich ja diesmal das bonus zu geben da war nicht verkackt mir ist zur letzten folge da ging es ja ordentlich schief wir haben so mussten zu hart sind die restlichen münzen zusammensammeln aber das ging dann schon besser und da lag es auch wirklich eigentlich nur dass ich das minigame verkackt haben oh lol das ist ein recycelter boss das erkenne ich sofort und ich dachte dir die kohle das ganze recycelte zeug kommen wir später hier bekommen wir schon erst beziehungsweise ganz recycelter gar nicht jetzt damals durfte der mann diesen boss mit bienen mario besiegen jetzt ist es erwähnt ist ein bisschen verändert worden jetzt mit wolken mario auch dass du nicht wirklich großen unterschied aber ja bisschen unterschieden merkt man dieser komische ja wie soll ich nennen dieser stinke käfer baut aus galaxy 1 da kam der erste da kam der in diesen und ich bin königreich vor sogar der gleiche planet ich glaube der bleibt wurde höchstens wir sind um die seien aber sonst war es der gleiche und dementsprechend ist auch der gleiche muss nichts irgendwie phasen oder so für dann ist es einfach exakt der gleiche boss gleiche musik gleiches schema gleiche animationen eins zu eins kopiert nur halt mit einem anderen item hätte ich einfach mit ihnen mario kurz müssen wir hier müssen aufpassen das dreht er sich manchmal so so ist aber die chance hat frei leben cooler boss in galaxy 1 gewesen aber ja hier halten recycle da wusste traurig aber trotzdem noch cool und komplett eins zu eins zu holen wurde er wieder gut sie ist vom item her jetzt ist nicht so ein wirklich anderes feeling gibt es auch nicht aber ja ach komm der ist eins zu eins kopiert weg mich am arsch scheiß auf das item ist eins zu eins kopiert fertig heute machte ich nicht so wirklich unterschiede gebe ich dazu so jetzt wird es aber interessant das haben wir zweimal die stimme haben noch nicht das können zwei galaxien auswählen aber erstmals noch den ersten sterben bekommen das war ein sie kurz da wieder das während unterwegs war es habe ich die galaxie karte ein wenig veränderte chance da immer an das so ist gerade die welten karte was willst du denn jetzt noch hast du diesen tod gesehen aber brabelt die ganze zeit etwas von post und briefe vor sich hin ach lol der ist aus galaxy 1 da kriegst du manchmal post vom peach gehe mal rüber und sprich einen anderen hat das gekrummelt eigentlich ein gemurmel endlich ein ende gibt man manchmal post vom piech und da kriegt man ein paar wall-ups spendiert warum kriegt man das nicht eigentlich auch das spiel startet oder ist es trotzdem mache ich habe mir die stimmung gefunden ich bin an dem brief tot ich stelle leuten briefe zu hast du dich mache gleich sie eigentlich schon macht auch so das stimmt das ist ja eine parallele tschuldigung tschuldigung es ist nicht klasse und stelle vor der erste briefe zu dich natürlich vom piech werde so alles sein können lieber mache ich bin gerade sehr weit weg von dir aber es geht mir gut ich hoffe dass wir uns schon bald wiedersehen wer ist diesen brief lege ich etwas bei das auch nicht brauchen kannst aus die frage wie viele wenn man das spiel neu startet dann gibt es fünf aber jetzt ein einwohner pilz dabei selbst im geschahmschaft ist präsent noch wunderbar fühlsorglich berührend also das nächste mal wow jetzt speist ziemlich mit einem wunderbar toll richtig geil da lohnt sich es doch gleich die zu retten oder aber ich habe das schon am anfang gesagt in der ersten folge auch so selbst die weltkarte ich habe schon erst mal gesagt ich bin nicht hier um die präsenz zu retten ich bin nur hier um in nostalgie zu schwelgen und die galaxien durchzuspielen mit euch das ist mein wirklich eigentlich der grund für das letzte play hier ist die weltkarte lang der kraft der großen sterne reisen durch raum und zeit und stimmt deshalb kann ich auch ruhig spoilern so viel spoilern wir jetzt auch nicht aber wenn ich mal zum beispiel von der special world zum beispiel oder so wird normal sein wie sagt es ist ja nicht so wirklich das play wo ich irgendwie was erkläre oder so ist einfach nur noch zum nochmal durchspielen zum neu erleben für mich und ja ich gebe euch hat die möglichkeit daran teilzuhaben sonst spiele ich ja eigentlich privat sehr gerne solche spiele eigentlich wenn ich so zum neu erleben will aber ich dachte mir jetzt hier geldt sie als zwei habe ich noch nicht let's playt kommen spiel mal gemeinsam wir können eine weitere welt bereisen wollte soweit bist du ja mann aber das doofe ist dass bei solchen privat spiele sessions manchmal passieren kann dass ich halt auch vorrangig schon mal aufhören weil ich dann irgendwie keinen bock mehr habe oder so aber ich gebe mein bestes dass wir gleich zu zweitens durchziehen habe ja auch bock auf das game aber wie gesagt das käme von den anderen spielen meistens geht es dann sage ich dann ich habe bock auf das game und dann irgendwann hälfte gespielt oder so erst spät oder sogar früher denke ich mir dann hab kein bock mehr kommt nicht mehr haben wir alles schon gehabt auf meinem kanal als recht eigentlich habe ich ja gesagt ich wollte zinu blade jetzt nur aufnehmen noch auf meinem kanal was passiert mario kart betun ist wieder zurück galaxy kommt jetzt schandte und sport gut okay von dem wusste ich dass ich eine folge auf dem aber irgendwie von schon irgendwie geborgt und er ist recht schandte er so ohne scheiß ich habe ich ja bislang nur eine folge du willst doch wohl sicherheit sogar eventuell nur ein bisschen warten bis ich damit weitermache aus shanty wollte ich eigentlich nur ein paar folgen machen 1 2 oder so oder 3 und ja jetzt sind wir schon fast durch mit dem game aber jetzt noch ein bisschen die lust vergangen andere projekte raus anstatt mit geld anstatt das ziel weltweit das machen sind immer irgendwie irgendwie ein grund oder so was anderes zu spielen aber ich habe es ja schon des öfteren gesagt auf meinem kanal geht es darum worauf ich bock habe das gespielt was auch auf ich bock habe das ist mir sogar manchmal egal ob das jetzt zu ende ist oder nicht mit der einige projekte die hier wegen bocklosigkeit abgebrochen wurden die welt wird noch weiter gehen auf jeden Fall das kann ich auf jeden Fall noch sagen aber es recht jetzt so wenigen problemen mit den ganzen aber die ganzen abläuerte problem zu gut eigentlich abläupt sagen wir es mal videoproblem dass sie halt wachsam und so halt ja erst recht weil das bei längeren folgen passiert und schon am schlimmsten ist ja weiß ja auch nicht lohnt sich gerade so oder so nicht wirklich hier längere folgen diese zwei stunden folgen da hoch zu laden das war so oder so noch irgendwann machen aber ja ihr seht ja erst recht bei pokémon war es ja ganz schlimm da gut da war es für drei stunden folge aber trotzdem sterben müssen sie ein bisschen beeilen sind sie sehen die ja alles alle nicht nur noch fiss dich so ein bisschen beeilen okay du leck dich am Arsch okay du leck dich am Arsch okay so sogar kein boss eigentlich ist der eigentlich immer bei einem boss da kann man es am meisten schon vorher erkennen wenn ein boss kommt oder warte mal warte mal warte mal warte mal machen wir mal kurz das Positiv zu Ende ich glaube ich weiß schon was kommt vor allem von dem Bild her vor allem da macht der der Stingelkäferboss Sinn tatsächlich ah das Dream Team aus Galaxie 1 den gab es in die gab es in dem Honigbienenkönigreich auf so einem Turm Wachtturm da gab es dann auch so einen doppelten Einer mehr erhalte der eine hier und so mit so einem Baby um drauf und ja im Prinzip ist es eigentlich eigentlich wieder ein recycelter Boss wow ist jetzt der nicht wirklich ein übel krasser Boss aber es ist ein Boss Miniboss kam so war es ja in Galaxie 1 auch hat zwei Arten aber auch nur zwei Leben ja also wir wissen nur so ein kleiner Mini zwischen Boss Miniboss so so im Übrigen mal man kriegt ja auch nicht nur Brief von Pieps sondern kriegt auch manchmal wenn irgendwie zum Beispiel dieser Spiele Affe den wir in der letzten Folge angetroffen haben wenn der irgendwelche Minispiele oder so für uns hat dann meldet er sich auch wenn der in der Galaxie auftaucht oder so dann schickt er uns auch Briefe in der Folge ein einstellen schaffen Größebrock Galaxie würde sagen starten wir durch ich weiß auch nicht warum aber ja ich habe es einfach dafür entschieden fertig ich glaube das andere war sogar besser oder ich weiß es nicht wenn es ist ja die andere Galaxie das war was ich denke dann war das andere besser aber ja wir sind schon hier drin Größebrock Galaxie Rolo Dilo auf Kollisionskurs ok das ist voll hat mal wieder irgendein Boss und ich glaube sogar neues Item ja tatsächlich Fels Mario neues Item aus Mario Galaxy 2 nice ok lass uns überraschen ah und das Item müssen wir erstmal freischalten müssen erstmal die Gegner besiegen gut mit denen da sterbt die Misskrepe ich muss einfach glaube ich einfach nur die Gegner hier besiegen dann müssen wir an den rankommen ist ja kein Problem ja genau zack ich glaube mit dem Teil kann man sich hier so eine Kugel machen damit können wir diesen Kristall jetzt erstören genau und da gibt es die Kometenmünze geiler scheiß unten Schild muss auch mal das hier verloren haben kannst du ja auch aus Richtung der Kamera mit Dingen verändern funktioniert meistens nicht aber egal ist dies nicht möglich hörst du ein Geräusch ja das was sie meistens hören drücke C auf den Nutschack um die Kamera hinter dir zu zentrieren oh das geht auch das habe ich jetzt sogar dass ich vergessen 0 das erste Mario 3D Abenteuer nur ist hier die Kamera noch nötiger als damals damals hat es ja noch einigermaßen gut funktioniert aber hier ein GELC 1 äh 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 GELC 1 und 2 funktioniert wirklich äh irgendwie am schlimmsten also ich habe damit nicht so eine gute Erfahrung ja mein Gott ich dachte ich wir müssen wir die ganzen Gegner zerstören hier ja ne es gibt noch ganz viele Sternteile aber hier sind vielleicht bin ja vor allem weil die immer am flüchten sind wenn äh wenn äh wenn ich von ihnen weggehe dann kommen sie hier siehst du kommen der dann kommen sie so an dran aber wenn du dann merken dass äh äh dass sie angreifen will dann sind sie am flüchten ne der kommt angerannt jetzt hier ja jetzt sind sie am flüchten solche nervigen Wister die schießen zweimal seit neuestem ne sie sind gelber ne da gibt es auch noch unterschiedliche Farben ich glaub die blauen machen äh schießen nur einmal glaube ich oder? ich weiß nicht im GELC 1 haben sie auf jeden Fall nur eingeschossen kann sein dass die blauen jetzt äh genau sie mag ich sie eins nur einschießen und die gelben zwei schau mal gibt es noch irgendwas interessantes in den Felsen nicht ne ja gut ein paar Sternteile ne die Komet Münze haben wir auch schon gefunden das ist ja das einzig wichtige neben den Sternen aber jetzt gibt es immer überhaupt irgendwas zu sammeln ne dann gäbe ich sie eins gab's und äh gab's nisch was man in den Leveln finden musste in den Galaxien aber bis dann haben wir es auch immer so dass die äh dass die Komet Münze immer beim ersten Stern am Start ist oh mein Gott okay von den Ketten und die könnten oder kann ich nicht own okay gut die sind auch größer die sind auch wirklich größer aber warte mal ich kann mich grad hier an was erinnern gab's nicht irgendwo so einen golden Robo der einen Goomba haben wollte wo ist der denn oder kann der respond der später wenn man das Level schon mal geschafft hat oh ne der war irgendwo hier wo liegt das hin oh ein Minispiel Fowling was gefällt hat das sind es teils drei Wunder so konnte ich damit zufrieden sein kack er ist es gar nicht einmal Bowser dann noch Münzen so ist das ich noch so sehe das sind aber schon 30 wieder also dem Leben bekommt man hier ganz schnell das Spiel bäm bei den Wänden waren die Dinger hier wird immer so abgebounced bäm 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 ich glaub sogar später noch ein Minispiel damit aber da lass uns noch überraschen ja gut dann gibt's den Schein noch nicht tatsächlich dann müsste der hier irgendwann später ersparen gibt's ja anscheinend jetzt noch nicht wenn siehe der war hier irgendwo nein nicht von hab ich mich getäuscht ne der ist hier noch nicht müssen wir äh müssen wir uns ein anderes mal drum kümmern sehen zumindest nicht also ist dann halt so eine rote äh so ein goldener Roboter der einen Goomba sehen will muss man Goomba zu ihm hinschleppen ohne dass er stirbt und ne äh mach das ja nicht und dafür gibt's dann einen Stern aber den gibt's anscheinend noch nicht na gut dann kommt jetzt der boah der angekündigte ach der den müssen wir am Hinterteil treffen mit diesen neuen Item da kann auch so rumrollen BÄM auf den Arsch mit dem Arsch mit dem Arsch mit dem Arsch mit dem Arsch ich glaub der hat vier Leben ich glaub der hat vier Leben ja der hat vier Leben öfter öfter an nochmal und auskontern BÄM und down aber diesmal hat er vier Leben gehabt also nicht drei wie sonst klassisch wir haben sogar vier Leben gehabt also schon mal nicht schlecht der hat ein bisschen länger ausgehalten als die anderen war zwar auch nicht so schwer aber er hat ein gutes Durchhalt im Erfüllvermögen gehabt schon nicht schlecht er hat eine gute Ausdauer gehabt hat man aber auch gesehen wie er angegriffen hat das Recht gegen Ende hat er dann ja schön so ein bisschen ausgerastet nicht schlecht aber einfach war sehr einfach aber gut es wäre zwei ist es nicht wirklich schwer und im Prinzip kann ich auch schon mal sagen im Prinzip ist das ganze Spiel nicht wirklich schwer nur die letzte Special World die ist eigentlich nur eigentlich nur ziemlich schwer der Rest der Rest des normalen Spiels ist eigentlich eigentlich alles ziemlich einfach gibt zwar auch ein paar Ausnahmen aber nur ganz ganz selten sonst ist eigentlich ziemlich einfach sonst wäre nur die Special World da die ist ganz 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 übel und das Recht das letzte Finale Level da ist zackt richtig also da könnt ihr euch ja auch mit Sicherheit auf ordentlich Rage freuen das wird interessant ich bin auch gespannt wie das wie das wie das dann aussehen wird wie ich am Ende rum ragen wird weil das letzte Level ist echt nicht einfach das wird interesting oh du hast du einen Felsen mitgebracht klasse oder was ist drauf der ist auch nicht so ganz begeistert glaube ich also beziehungsweise ist er nicht begeistert das Item ist ja geil aber es bringt hier unten einfach nichts das ist ja nur so zum Sammeln zum Sammeln und Spielen beziehungsweise zum Spielen darf ich ja nicht mal es hängt einfach nur rum es ist wirklich ein wirklich nur zum Sammeln und anschauen ganz oder so ich frage mich ernst ob wir diesen ganzen Krempel hier sammeln ja das habe ich gerade eben auch erledigt das bringt einfach fort wirklich nichts oh wir haben sogar schon einen Special Brief bekommen ich wurde erst extra nach oben geschickt kann ich mir den Weg noch umsparen Special Brief vom du Wichser da haben wir uns schon den kleinen Bastard anscheinend auch schon die erste Challenge für uns Einladung ich bin der Legitore Spielprofi es gibt ein neues Spiel den du dich mit mir messen musst äh muss wohlbemerkt trifft mich in der Welt in Watte-Wolten-Galaxie und wir finden daraus was du drauf hast dein Wanderaffe fuck you ich hab keinen Bock auf dich aber anscheinend müssen wir das wohl in der nächsten Folge machen fuck in der nächsten Folge uns Rage geben nice schaltet wieder ein beim nächsten Mal bei Super Mario Galaxy 2 haut rein und schau